Namaste, kia halhe dosto. Willkommen zurück zu Belling Road. Heute schauen wir uns den Trailer Willkommen to New York an. Los geht's! Wie viele Leute waren! Ich bin nicht nur Leute, hier sind nur Leute. Ein Mädchen und vier Leute sind sehr unbekannte. Dann müssen wir uns die Kalkoli geben. Los geht's! Ich bin Jeenal Patel. Nice meeting you. Ich bin Hero, bei dir. Ich bin Fashion Designer. Ach, Dharji, Madam. Dharji? Wir haben die Challenge Contest. Winners? Ich habe eine Fotos. Ich habe einen Fotos. Dharji, das ist Mr. Gally. Der ganze Event ist der Inika. Oh, okay. Dann wird die Kalki von einem Selfie sein. Bye, everyone. Ich habe einen Film mit dem Schaarup-Khan. Ich habe einen Film mit mir gemacht. Ich habe einen Film mit mir gemacht. Ich habe einen Film mit dir. 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 Ich habe einen Film gelegt. Ich habe einen Film mit mir gemacht. Ich werde nach certainly einen Film. Okay. Jetzt durch den Film kockert unsmeter. Wenn ichiana verdeckseele Tomasen habe. Du hast etwas zu tun, sehen. Dieộcrede Romane Merc개를! Die Flache sind hinten vom Erm voucher. By 영am und Af und Ihr Seite zumalah. Ich bin ein Ex-Tro, die Leute sind mir schreit. Ich bin ein Ex-Tro. Wenn ich ein Film von Bombay, dann werden wir uns schreit. Nein, ich bin ein Ex-Tro. Ich bin ein Ex-Tro. Wenn ich ein Film mache, dann werden wir uns schreit. Ja. Ich bin ein Film. Ja! Ja! Ich bin ein Film. Ja, ich bin ein Film. Ich bin ein Film. Dieses Film ist ein Film. Also ich fand den Trailer etwas merkwürdig, aber auch interessant zugleich. Und ich vermute auch, dass dieser Film ein Comedy-Film ist. Leider kann ich zu der Story nicht sehr viel sagen, da er leider auch ohne Untertitel war. Und das einzige, was ich vermute, ist halt, dass Sunakshi eine Modedesignerin spielt und aus dem Grund nach New York fliegt, um auch an einer bestimmten Fashion-Show teilzunehmen. Gerne könnt ihr mir etwas mehr zu der Story sagen, damit ich da von dem Trailer auch etwas mehr verstehe. Und jetzt ist es Zeit für wenig Dialog. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch. Schreibt die Kommentare einfach hier unten rein. Und wir sehen uns. Bis bald. Belli out. Belli out. Belli out. Belli out. Belli out. Untertitelung des ZDF, 2020